Die Nacht in diesen Betten hier im Hostel Mannheim wird für die Gäste zukünftig teurer. Zum 1. Januar 2024 möchte die Stadt Mannheim eine Bettensteuer erheben. Von dieser ist Julian Leiser total überrumpelt worden. Der 35-Jährige hat erst vor einem halben Jahr das Hostel Mannheim eröffnet. Meine Befürchtung wird die sein, dass das Projekt Bettensteuer ein Schuss in den Ofen wird, weil durch die Preissteigerung sind die Leute motivierter nach Heidelberg zu gehen. Dadurch bleiben uns Gäste aus. Wir können weniger Steuern erwirtschaften, weniger Umsätze für uns erwirtschaften. Und so wird es eine Kehrtwende in die falsche Richtung geben. Weshalb Julian Leiser zusammen mit anderen Mannheimer Hotelbetrieben die Stadt in einem offenen Brief vor der neuen Abgabe warnt. Dabei ist die Steuer schon 2019 beschlossen worden. Neben der Mehrwertsteuer in Höhe von 7 Prozent muss der Inhaber dann auch noch 5 Prozent der Übernachtungseinnahmen an die Stadt weitergeben. Es ist so, dass ursprünglich auch die Bettenpreise mit 19 Prozent besteuert worden sind. Und das wurde dann allgemein auf 7 Prozent gedrückt. Und natürlich ist dort eine steuerliche Schwankung entstanden. Und da war halt die Überlegung da gut, wir schlagen nochmal 5 Prozent auf, um eben dieses Steuerloch von diesen 7 auf 19 Prozent auszugleichen oder zu kompensieren. Dann kam Corona dazu, wo man dann gesagt hat, okay, wir lassen das jetzt erstmal auf 7 Prozent stehen. Doch jetzt soll die Steuer eben zum 1.1. in Mannheim in Kraft treten. Das Problem, umliegende Städte wie Heidelberg erheben keine Bettensteuer, weshalb sich die Mannheimer Hotelbetriebe im Wettbewerb benachteiligt sehen. Heidelberg ist natürlich touristisch schöner. Die Leute gehen dort lieber hin, weil es einfach optisch ansprechender ist durch das Schloss, durch die Altstadt. Das hat Mannheim nicht. Und wir müssen uns, sag ich mal, überlegen, wie ziehen wir die Gäste an mit coolen Konzepten, coolen Ideen. Und jetzt werden wir noch, sag ich mal, ebenfalls nochmal, haben wir die Bürde nochmal 5 Prozent aufzuschlagen, wo der Gast sich zweimal überlegt, ob er doch nicht lieber nach Heidelberg geht. Dazu haben die Hoteliers mit der Steuer auch einen bürokratischen Mehraufwand. Höhere Energie- und Lebensmittelpreise, dazu auch die gestiegenen Personalkosten. Mit der Bettensteuer sind die Betriebe ihre Existenz bedroht. Ihr Vorschlag? Wir erhoffen uns eine Minderung, vielleicht einen Stufeneinstieg oder eine Kompensation. Das heißt, es ist in vielen Städten auch gebräuchlich, dass man, gerade bei der Kurtaxe zum Beispiel, wenn das nochmal als Beispiel zu nennen, die Gäste, die diese Kurtaxe zahlen, haben auch einen Mehrwert davon. Die dürfen dann kostenlos den Skilift nutzen für den Tag oder können kostenlos die ÖPNV benutzen. Das wünschen sich Julian Leiser und die anderen Hoteliers auch für Mannheim. Dass die Menschen trotz der höheren Kosten in die Quadratestadt kommen und die Betten dadurch nicht leer bleiben.